Hallo und herzlich willkommen zurück bei Balance City. Ja, wir könnten uns jetzt Ritsch und Puren schauen oder wir schauen uns mal die Mega-Mission an. Das machen wir jetzt mal. Build 3 Residential Mega-Blocks, Build 1 Commercial Mega-Block, okay. Ja, ich sehe diese 4 Residential Blocks, diese hier. Es soll ein Mega-Block werden. Aha, und also, die müssen schon 10 Leute oder mehr drinnen wohnen, aha. Inspector Tool, wo ist denn das? McNeifenglas, okay, das da. Acht, acht. Okay. Also, you can see this Blocks population is less than 10, ja. Die wollen nicht in der Nähe eines Kohlkreis haben. Okay, also brauchen sie erst mal Bäumchen. So, jetzt sind sie glücklich, auch wenn sie immer noch niemandem kraftwerk sind, oder? Wie viele haben sie jetzt schon? 14, 14, 14, 14, sehr gut. Noch mehr? Now look at that. Ah, das ist jetzt ein Mega-Block, okay. Ah, da passen über 50 Leute rein, okay. Ja, ist klar. Beide brauchen Power und Jobs. Okay. Okay. Was haben wir da? Also, wir brauchen immer vier so Blöcke. Eins, zwei, drei, vier. Und mal einer. Und dann bauen wir doch da oben drüber gleich noch einen. Eins, zwei, drei, vier. Haben wir noch einen. Sehr gut. Offices können also, okay. Mega-Block with four of offices. Ähm, Office. Haben wir schon. Okay, ja, klar. So, dann hätten wir uns das angeschaut. Billing is a Inspector Unlocked. Ja, haben wir uns auch mal schon. So, dann schauen wir weiter. Was gibt's denn jetzt? Disaster. Oh je. Na gut. Schauen wir uns das mal. Oh Gott. Behold, one of the finest cities ever designed. Ja. Ja, uh-huh. Oh, ja, four. Mm-hmm. 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 Nein. Ja, und wie? Wir sind in the fire station, the hospital and the police station. Ja. Okay. And the fire station. Okay. Firecopter, okay Der braucht die Rettung Der braucht Der braucht Das Der braucht die Rettung Feuer, hierher Rettung, daher Rettung Feuer, da Der braucht die Rettung, daher Der braucht die Rettung, daher Der braucht die Rettung, daher Feuer, hierher Rettung, daher Und da in der Stadt Der Sky will open, also der Himmel wird sich öffnen Da kommt ein großer Okay Joa Aha A superhero from another world, ja Super Der wird uns helfen Okay Okay Uh oh Okay But you can build military base to stop this monster The monster Is weg, ja Da Doch eh alles in Ordnung Quasi Ja Kein Problem Kein Problem Ich mein ich hab die Drittel der Stadt vernichtet Aber ist okay Mhm Und die Stadt steht aber auf festem Buch Sonst wär sie weg gewesen So was kommt denn als nächstes Skyscreepertown Fangen wir's uns mal an Ah ja Now it's time to learn about the most Skyscreepers Ja ist okay Okay Just like Megaplotzka Ja okay Ah okay Das Solarpowerplant garantiert mir die saubere Energie Genau Also Bäumchen bauen Ja Ich hab da einen Megablock Da einen Und da eine Ah To each Megablock Okay Also da haben wir einen Megablock Und da hätten wir auch einen Ein Office Skyscreeper Ein Office Skyscreeper Drei Megablocks übereinander Okay Ja ja klar Okay Also Office Blocks Einen Noch einen Noch einen Noch einen Und noch einen Hm Was gefällt dem dran nicht So Eins Zwei Und Drei Und Vier Sind doch viel nebeneinander oder? So Jetzt ist eins Tadaa Ein Hochhaus Hundert Jobs Mhm War eigentlich klar Das gleiche sollen wir jetzt mit den Wohnungen machen Ja Und 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 Tadaa Mhm Mhm Okay, also jetzt weiß ich auch wie das Skyscreeper ist Also Hochhäuser baut Durch den Elevator Oh Mann Alles voll einfach, oder? Ja So, was gibt's jetzt noch? You are a hero? Ähm, 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 schauen wir uns mal an Today you will become a hero Help me Help me Okay, und was muss ich tun? Help me Help me Help me Ähm Help me Help me Help me Help me Halt Help me Help me Steuer ich den gerade? Ja, doch, irgendwie steuer ich ihn Help me That's right Help me Help me I get it Help me That's right Help me You know Help me Help me So, alles löschen, löschen, löschen Oh Gott, sind nämlich meine Ziele Alles löschen, löschen, okay, da oben ist nichts Nein, nicht die arme Stadt hier Okay, die können wir nicht mehr retten Okay, also 73 Seconds habe ich überlebt 120, was ich gemacht Okay Ich bin kein Superhilo So, dann schauen wir jetzt nochmal zurück Was gibt es denn an Szenarien? Jetzt bin ich mal gespannt New York, Berlin, Buenos Aires, London, Paris, Tokio Aha Aha, was kommt denn da noch? Ich schau mir jetzt mal Berlin an Achso, ich soll Berlin nachbauen Willkommen auf Berlin, ich bin ein Berliner Aha Ah, schön Heating Das sind alles Ja Bauen wir mal da einen Skyscrap Sie werden brauchen, ob sie es jetzt schon wissen oder nicht Ist egal Ich kann gar nicht zu viel vorbleiben Okay Dann brauchen wir natürlich auch das Und wir brauchen einen Elevator Wo ist der? Ah, ich kann das Brandenburgator bauen Nein, man sollte das Brandenburgator nicht unbedingt auf die Haare Eher viel Berlin, ja Eher viel Berlin Berlin, St.Cup, das war nicht 21 Meter doll Es tut mir leid, ich habe die Berliner alle umgebracht Hm Wenn das so ist, schau ich mir jetzt London an London versenk ich Oh London hat eine Insel Ja, please stop for a cup of tea Ist okay Na wunderbar Wow, dann wollen wir mal London Ja, mind the fuck Okay, dann fangen wir wieder ähnlich an Also in der Mitte hier machen wir mal das hier Dann machen wir mal an Office Oh Gott, ich sehe ja gar nichts durch den Nebel Das Spiel hat Nebel Es ist neblig Wohnhäuser Also der Nebel macht es nicht ganz einfach Energie Ach, das kann ich nur am Boden bauen oder was Reicht es jetzt oder reicht es nicht? Wird er sagen? Dann Bom mal hier in den Sinn Und Schüppertal Ich kann die Tower Bridge Bom Okay Ich kann die Feuerwehr bauen Und ich kann die Polizei bauen Oh Gott Nein 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 Gluck gluck Tschüss England Allergie Okay Ja, okay Ja, London Falling Ja Ja Es tut mir leid Ich habe auch die Londoner umgebracht Hm Szenarios Wen bringen wir jetzt noch um Einen möchte ich noch umbringen Moment Paris, mein Eiffelturm? Paris Ah, Paris schaut so ähnlich aus wie England Aber es ist wenigstens nicht so verdammt nebelig Ja, was soll ich denn alles bauen? Notre Dame, mein Eiffelturm, Arc de Triomphe Okay, Pastille und Musée Das Louvre auch noch Okay Kein Problem Ähm Ich glaube ich mache das mal so Jetzt brauche ich da nochmal 1 2 3 4 Ja Und ich baue hier Okay Proteste sind besonders groß Und da Boah Notre Dame kann ich schon bauen Okay Fahre wir noch Tritt haben wir mal dann hier Sehr schön Gut Dann könnten wir jetzt einen Elevator bauen Und zwar einen hier Und einen hier Gut Und dann könnten wir sagen Noch mehr Jobs Hier Wir müssen aufpassen, dass es nicht schwer wird Die Wohnungen Oh oh So Okay Okay Wunderbar Kriege ich das irgendwie wieder zum Grad stehen? Danke Den Tour der Eiffel kann ich bauen Cool Eiffelturm Was ist das überlebt? Überlebt Paris? Kriege ich da drüben irgendwas hin? Meine Feuerwehr brauche ich gerade Sehr gut Die Rettung Kann man den wieder irgendwie hochhebeln? Wir können doch sicher einfach Bäumchen hinstellen Im Übrigen es garantiert Wie kriegen wir das hoch? Mehr so nicht Warte mal Sonst müssen wir es so machen Ich kann das Weg runter nicht abreißen Haha Oh 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 Paris Tschüss War nett mit dir Aber Notre Dame steht noch Ja Okay Ich glaube ich muss noch üben Ihr seht also so einfach ist das gar nicht Ich hoffe ihr habt zu viel Spaß bei dem Spiel Für mich war das jetzt zu erfolgen Obwohl es da noch so viel anderes gibt Warte mal Was haben sie denn noch? Ja bei den Missionen da oben Rich and Poor Da gibt es ja noch mehr Ach da darf ich im Monster sein Cool Also wie gesagt Momentan kostet das Spiel 80 Cent Ist die Frage Wenn ihr sagt So ich wusste was macht euch Spaß Ich meine es ist ein Geschicklichkeitsspiel Dann lohnt sich das auf jeden Fall Selbst beim Vollpreis von 8 Euro Denke ich Ist natürlich nur ein Minigame Und man wird es nicht mehr mal entzocken können Aber ich finde es richtig schön gemacht Herzlichen Dank für den Key An Portland City Game Und ich glaube das bleibt mal Auf meiner Platte Das muss ich noch ein paar Mal üben Ich sage Tschüss Bis zum nächsten Game